Fußball-Wetten 25.08.2019 Tagesgewinn, 517 Euro String-Theorie or deseltsamec-Kennzie-YouTube, die größere Wette, bei der etwa 25.000 Euro gewonnen worden wären, ist leider geplatzt. Diese Wette habe ich bereits in der Prognose per Video-YouTube-https-doppelpunkt-schrägstrich-schrägstrich-öpsilon-ou2.be-r-i-k-öpsilon-1-öpsilon-u0 veröffentlicht. Trotzdem hat die zweite Wette geklappt und abzüglich allklar Einsätze sind immer noch 519 Euro netto gewonnen worden. 25.08.2019 YouTube www.https-schrägstrich-schrägstrich-öpsilon-ou2.be-r-i-k-öpsilon-1-öpsilon-u0 Hoffenheim Bremen 0 und 2 3 zu 2 0 Euro 0,00 Düsseldorf-Leverkusen 0 und 2 1 zu 3 1 Euro 75 1,75 1 Mbis-G-Ladbach 0 und 2 1 zu 3 2 Euro 23,85 Augsburg Union 1 und 0 1 1 3 Euro 40 13 2009 Paderborn Freiburg 0 und 2 1 zu 3 2 Euro 60 34 2003 Schalke-Bemunich 1 und 2 0 zu 3 1 Euro 38 46 97 Leipzig Frankfurt 0 und 2 2 zu 1 0 Euro 0,00 Hertha-Wolfsburg 1 und 0 0 zu 3 0 Euro 0,00 Nürnberg-Osnabrück 0 und 2 1 zu 0 0 Euro 0,00 Heidenheim-Sandhausen 0 und 2 0 zu 2 3 Euro 3,00 Karlsruhe-Hamburg 0 und 2 2 zu 4 2 Euro 45 7,35 Mannheim Duisburg 1 und 0 4 zu 3 2 Euro 10 15 44 Liverpool Arsenal 1 und 2 3 zu 1 1 Euro 45 22 38 2 mal 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 2 0 Cent 819,20 Minus 819,20 0,00 Sonntag 25.08.2019 Lünberg-Anders 1 und 0 2 zu 0 2 Euro 65 2,65 S-Berg-Silke-Borg 1 und 0 2 2 3 Euro 59,28 Kobenav-Nordsjahrland 1 und 0 3 zu 1 1 Euro 45 13 45 Norköpping-Helsingsburg 1 und 0 5 zu 0 1 Euro 48 19 90 Trondheim-Staback 1 und 0 3 zu 2 1 Euro 38 27 47 Moldrotskin 1 und 0 2 zu 2 3 Euro 43 93 39 39 Stab-Anderanheim 1 und 0 2 zu 2 3 Euro 43 317,53 Zolle Rotterdam 1 und 0 2 zu 2 3 Euro 60 1143 2010 Torino-Sassolu 1 und 0 2 zu 1 1 Euro 75 2042 Barcelona Sevilla 1 und 0 5 zu 2 1 Euro 18 2360,50 Gewinne 2360,50 1 Satz i Minus 819,20 1 Satz ii Minus 1024,00 Euro Netto 517,30 Euro 1CA 1 1 2 7 9 7